Spätzen Warum baust du das Schild ab? Ich brauch eins. Dann crafte dir eins, bau doch nicht mal Sachen mit mir ab, wenn du was brauchst! Was ist gesagt, Namensschilder kann man nur finden? Das sind keine Namen! Das sind einfach Schilder! Ich bin so dumm. Ich kotze ihm gleich so aufs Maul, Digga. Digga, ich kotze ihn. Alter! TNT, 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 TNT. Leute, was ist der Effekt für Jumpoos? Ich klau fünf Diamanten. Na, gib mir die Diamanten zurück. Ich hab nie eine Fack gemacht, um dir wehzutun. Nein, du spinnst. Ich hab hier fast im privaten Leben gekotzt. Im privaten Leben. Hör doch mal auf, mich zu schlagen. Das ist doch total unnötig, deine ganze Gewalt immer. Ja, genau. Deine ganzen scheiß anderen Dinger. Das ist doch witzig, dass sie das ein bisschen dreht. Ich hab dir doch sogar noch eine Treppe gebaut. Mir ist total schlecht. Ich sitz hier in Bielefeld und muss fast kotzen. Ja, Digga, noch ein Herz. Ja, dann lass mich doch noch in Ruhe. Schlag mich doch jetzt nicht. Weißt du, ich check es nicht, ne? Du kannst mich immer pranken, ne? Digi, ich... Egal, im nächsten Stream wirst du's sehen. Warum konnte ich denn so springen? Wo sind denn meine Sachen jetzt? Jawohl! Wie schön, dass alles noch da ist. Ach du heilige. Jesus Maria, gar keinen Bock gehabt, das jetzt mir neu zu machen, ne? Du hast fast gar nix. Hey Sandy, ich will das noch einmal sehen bei dir. Aber dann will ich deinen Stream gucken dabei. Stell dich mal vor mich, Sandy. Aha. Noch nicht springen, okay? Noch nicht springen, erst wenn ich sage. Okay. Ich hab dir das jetzt gegeben und jetzt schau ich deinen Stream. Jetzt spring mal. Ja, 40 Liegestütze. Mist. Wie findest du denn mein Pferd? Ja, geht so, ne? Ah, hör mal! Digga, warte, ich komm auch mit meinem Pferd jetzt. Ey, wollen wir mal eine Pferdetour machen? Digga, aber wo ist denn mein Pferd? Luca? Hm? Hast du mein Pferd getötet? Ja klar. Wann? Als wir diesen Streit hatten. Kleiner *** Sohn. Die hässlichen Fackeln weg? Ja. Das wird der Satz allererstes. Nein, nein, nein. Nein, nein, es bringt doch gar nichts. Ich friss einfach, das hab ich mir selber erbaut und erarbeitet. 20 Sekunden später. Lass meine Fackeln! Digga, gar kein Respekt. Gar kein Respekt. Ich bau dich gleich selber ein. Glaub es mir. Der hat das jetzt nicht gemacht. Hat der jetzt nicht? Hat der jetzt nichts gemacht? Ich raste aus. Ich raste aus. Mein Gott, wie ich dich gerade hasse, ne? Das ist ernst! Das ist jetzt ernst! Komm mal runter! Ey, das sind einfach so 10 Fackeln, die fehlen. Wie kann man deswegen so ausraten? Leg sie zurück. Äh, nein. Hä? Die denkt, es ist Nacht, die wollen schlafen gehen. Was hast du getan? Ich stecke dir diesen neuen Modus sowas von in dein Arschloch rein. Ich hab mein... Wuh! Sanna, Sanna! Da kommen wieder diese Überfallmenschen! Was ist das? Oh mein Gott, der macht ja alles kaputt! Digga, der ist ja ultra stark! Ja, du bekämpfst ihn noch mit ner Spitzhacke. Geschafft! Leute, wie gut hab ich verteidigt?! Wie gut hab ich verteidigt?! Mit ner Spitzhaxe und meinem Schwert?! Tell me in die Comments! Now! Nice! So, jetzt wollte ich auf jeden Fall mal kurz das hier auffüllen. Damit das hier ein bisschen schöner aussieht und das Haus hier abbauen. Sandy, wollen wir das Haus hier eben abbauen? Welches? Welches? Hallo, welches? Nuffel! Was? Hast du die Bescheid gefunden?! Na ganz kurz antreten, ne? Komm mal! Scheiße! Ja, ich hab das Bett! F***! Ja, ich hab das Bett! Wir machen jetzt Rechenquiz. Ich stell dir so Sachen und du stellst mir auch Fragen. 3 x 7 21 Richtig 8 x 9 42 8 x 9 Ist doch 72! Du hast gesagt 42! Hä? Ich hab doch 72 gesagt, ihr Idioten! Schreibt doch wieder in den Chat! Nein, du hast 42 gesagt! Ich schwöre auf meine Mutter, ich habe 72 gesagt! Leute, er hat 42 gesagt! Bitte! Ich schwöre auf... Ey! Ich schwöre auf meine Mutter, ich habe 72 gesagt! Mir egal, was ihr sagt mit 42! Ja! Ich schwöre auf meine Mutter, ich habe 72 gesagt! Ach ja, also 42! Ja, ist mir scheißegal! Lüge, Lüge, Lüge! Leute, ich geb mir jetzt den Effekt von Insibility! Sag mir nie noch einmal was wegen Schule! Das heißt, sie sieht mich nicht! Digga, was war das denn für die Sumo-Ringer? Ähm, wie machen wir das denn jetzt mit diesen... Echt? Was ist das denn? Was denn? Digga, ich hatte kurz gerade einen Elektroschocker! Sandy, wollen wir einfach so ein Wort... Gibt's dann... Leute, gibt's so eine Website, wo man sich random ein Wort anzeigen lassen kann? Und das bauen wir dann einfach jetzt noch in einer halben Stunde? Chat-GPT! Boah, Chat-GPT können wir fragen, stimmt! Sag mir einen Nomen... Himmel! Ja, Digga, sag mir das Dümmste, was hätte passieren können! Wie soll man denn den Himmel bauen? Wir machen's nochmal! Oder? Okay, dann such auch ein Wort für mich! Ein anderes! Buch! Okay, wir haben Buch und... Okay, wir haben Buch und Sonne! Ich baue die Sonne! Okay, ich baue ein Buch und du baust jetzt eine Sonne, oder wie? Ja! Nur wenige Minuten später! Ja! Also ich bin fertig! Ich auch! Zeig mal deine Sonne! Hier! Komm, willst du mein Buch sehen? Ja, gib her! Zeig her! Digga, wirklich Dümmster Stream Deutschlands! Das ist ja langweilig! Luka, ich geh jetzt auf, ne? Ciao, Bruder! Ich geh auch auf, Leute! Ja, äh, ciao Sandy dann erstmal, ne? Ich beende hier an der Stelle den Squad-Stream auch, ne? Ja, ciao, ciao! Ciao, Sandy! Tschüss. Du� wie auch so, weiß ich euch in meinen Software." Musik und weiss.